Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es mal wieder einen TFT Patch in das Rundown. Wir gucken uns den 10.16er Patch an. Es sind ein paar Änderungen dabei. Die Entwickler hatten sich so ein paar Sachen vorgenommen, die sie jetzt in diesem Patch endlich mal durchsetzen wollten, die schon seit längerem geplant waren. Ich denke mal trotzdem, dass sich die Meta nicht so doll verändert. Das wollten sie auch eigentlich vermeiden, dass sich viel ändert, weil sie eigentlich gerade sehr zufrieden sind. Aber ein paar Änderungen gibt es halt trotzdem. Falls ihr jetzt Bock habt, noch mehr TFT-Videos zu sehen, lasst gerne ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen und ihr erfahrt alles rund um TFT, sobald es was zu wissen gibt. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne in meinem Stream vorbeischauen, mir Fragen stellen zu der Meta oder einfach nur quatschen, wie ihr Bock habt. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Aber jetzt lasst uns mit dem Video starten und let's go. So, als allererstes, was natürlich am wichtigsten ist für alle, sind die neuen Little Legends, die es gibt, die im Verlauf des Patches erscheinen werden. Das wäre einmal eine neue Melisma, ein Hush-Tail und halt einen Pengu. Das sind die Spirit Blossom-Skins. Ich finde sie dann eigentlich ganz cool aus, vor allem den Penguinen, finde ich ganz nice. Ja, ist halt bloß immer so eine Sache, ob man die jetzt bekommt oder nicht. Ja, genau. Das dazu. Ansonsten haben wir noch ein paar Systemänderungen. Einmal Galaxies und zwar haben wir einmal Star Cluster Removed. Das gibt es ab jetzt nicht mehr. Finde ich jetzt persönlich nicht ganz so schlimm. Ich mochte die Galaxy sowieso nicht sehr gerne. Und was nice ist, wir haben jetzt Salvage World. Das ist auf jeden Fall die Galaxy mit dem meiner Meinung nach höchsten Scale Cap, die es bis jetzt gibt. Und zwar ist es nämlich so, dass wenn ihr eine Unit verkauft, werden alle Items, die ihr trägt, halt wieder aufgespalten. Also wenn ihr zum Beispiel einen Kogma mit einem Statics verkauft, bekommt ihr halt eine Träne und einen Bogen wieder. Was halt extrem viele Möglichkeiten eröffnet. Man kann halt im Early Game die Items früher bauen. Man kann sie später komplett neu kombinieren und so. Also das ist schon, also wie gesagt, der Skill Cap in dieser Galaxy ist wahrscheinlich sehr, sehr hoch. Das werden wir dann sehen, wie sich das dann verhält. Aber ich bin mal gespannt, weil das klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Dann noch ein paar Quality of Life Sachen und zwar einmal In-Game-Item-Recipes sind halt da. Das heißt, man kann jetzt im Game quasi sehen, wie die Items gebaut werden und so. Kann halt mit Rechtsklick draufdrücken und dann sieht man, was man halt alles bauen kann. Dabei sind dann die Items, die man bauen kann mit den Items, die man zur Zeit hat, halt gehighlighted. Ja, man sieht jetzt auch nochmal, wenn man das Item schon gebaut hat, wie man es, aus was man es gebaut hat. So ist wahrscheinlich für Salvage World ganz angenehm, dass man dann quasi das nochmal sehen kann. Für Leute, die halt das Spiel noch nicht so lange spielen. So ein großer Punkt, den sie halt angehen wollten, waren die Items. Und zwar alle Items, die halt sonst nicht so oft gebaut wurden. Eine Änderung auf jeden Fall ziemlich krass ist bei Hand of Justice. Finde ich ziemlich cool. Hand of Justice ist ja quasi so ein 50-50-Ding. Entweder man hat halt 50% mehr Schaden oder man bekam halt 50 Heal on Hit. Was halt nicht so nice war. Das war halt immer, entweder hast du was Gutes oder du hast halt was Beschessenes. Jetzt sind die beiden Sachen echt ziemlich geil, weil du kriegst halt jetzt Omni-Vamp, nennt sich das. Das bedeutet halt, für Auto-Tags und für Space kriegst du jetzt 50% Healing. Ist halt mega nice, gerade so auf Medi-Range-Carries oder so kann ich mir das sehr gut vorstellen. Zum Beispiel, ne Irea, nen Shaco, sowas halt, was halt in die Gegner rein springt. Was aber dann halt entweder 50% mehr Schaden macht, was ziemlich geil ist. Oder sich halt um 50% seines gemachten Schadens heilt. Also ist schon ziemlich cool. Ist halt auch eine Möglichkeit in der Kommt, wo man normalerweise keine Tränen benutzt, halt Tränen auch gut zu verwerten. Hack-Tag, auch ziemlich nice. Ist jetzt so, dass du quasi nen Shield, also du kannst dich overhealen. Das ist ganz nice, gerade so auf irgendwelchen Carries, die halt weiter hinten stehen. Die dann quasi nen Shield aufbauen, ne Syndra oder sowas zum Beispiel. Oder man könnte es auch auf Gangplank ausprobieren, wenn er dann seine Ulti durchbekommt. Vielleicht schafft er dann sogar noch ne zweite, weil er sich halt overhealt damit. Weiß man nicht genau, aber es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Lockert auf jeden Fall auch ganz nice. Es ist halt immer noch kein sehr gutes Item. Sie bekommen einfach auf zweiter und dritter Stufe bekommt man quasi einfach mehr Shield. Das ist natürlich auch so, dass man das so sehen muss, dass das Ganze halt pro Champion gilt, dem man das Shield gibt. Man kann ja theoretisch 5 Champions nen Shield geben. Das heißt, man kriegt auf jeder Stufe theoretisch 125 mehr Shield. Aber ja, ich glaube nicht, dass es das unbedingt zurückbringen wird. Unans ist eigentlich ganz cool. Bekommt halt 5% mehr Schaden auf dem zusätzlichen Attack. Das ist halt ganz nice, weil zu Zeit wird es eigentlich nur auf Yi gespielt und halt vielleicht mal auf Jinx oder so. Und so könnte das vielleicht auch auf Jin oder so wieder ganz gut werden. Static wird jetzt reverted. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und zwar macht es jetzt 5 weniger Schaden allgemein. Allerdings macht es 85 zusätzlichen Schaden. Und zwar True Damage. Zu Gegnern, die halt geschildert sind oder halt von jeglicher Form von CC betroffen sind. Wenn ihr mit CC oder anderen Wörtern hier nicht anfangen könnt, dann schaut gerne mal ein Video dazu vorbei. Link findet ihr oben in der Beschreibung. Da spreche ich einmal über alle Fachwörter, würde ich es mal nennen. In TFT. Genau. Ansonsten, Swordbreaker ist immer noch kein Item, wo ich sagen würde, ja das braucht man jetzt unbedingt in irgendeiner Comp. Aber vielleicht wird es jetzt besser, wenn man es halt mal aus dem Karussell oder so bekommt. Also jetzt ist es halt so, dass ihr 33% des Armstrands habt. Das, ja, ist halt okay. Aber ich glaube, Swordbreaker soll sowieso entfernt werden, glaube ich, im nächsten Set. So, dann bei den Trades. Zunächst einmal haben wir alle Mana Reave-Effekte. Also sowas wie Ezreal, Ult, wie ein Shroud of Stainis, wie Mana Reaver. Sowas alles wird jetzt von 40% auf 30% reduziert. Das ist natürlich ein krasser Nerf, also sind ja 25% weniger. Allerdings ist es trotzdem noch gut, weil du halt die Ultis immer noch verzögerst. Ich denke mal, Shroud of Stainis wird immer noch ein sehr, sehr gutes Item sein. Gerade im Late Game. Weil zum Beispiel eine Blitzcrank-Ult verhindert wird. Weil hier zum Beispiel eine Gangplank-Ult einfach verzögert wird. Sowas ist einfach teilweise echt, echt sehr ausschlaggebend im Late Game. Deswegen denke ich mal nicht, dass das so einen großen Unterschied macht. Dann haben wir Chrono. Ja, ich sag mal so, Chrono wird eigentlich auch nicht so viel gespielt. Also man bekommt jetzt 5 Sekunden weniger auf 2. und 3. Stufe. Und auf der letzten Stufe bekommt man nur 0,25 Sekunden weniger. Aber ja, man spielt normalerweise einfach keine 8-Krono. Also ich denke nicht, dass das jetzt irgendwie viel Relevanz hat. Nun ist es so, dass Infiltrators jetzt bei 0,6 Sekunden immer halt landen. Das heißt, wenn sie springen, immer nach 0,6 Sekunden landen sie. Früher war es halt so, ob du es nach vorne gestellt hast oder nach hinten gestellt hast, hat halt einen Unterschied gemacht. Weil zum Beispiel, wenn man es nach vorne gestellt hat, dann ist der Champion aber ein bisschen früher aufgekommen und hat halt früher schon Schaden gemacht. So, dann haben wir den Magpilot. Kopf will hier wegbewegen. Der wird einfach auf den früheren Leveln, also Level 1 bis 3, wird der halt ein bisschen genervt einfach. Das ist halt in Ordnung. In der Regel schafft man es sowieso, den halt auch ein bisschen weiter abzugraden. Aber das ist halt auch kein so riesiger Unterschied. Also 50 Damage weniger. Klar, merkt man, aber es ist okay. Ja, Rebel wird ein bisschen gebufft auf 6 Rebels und halt auf 9 Rebels. Aber 9 Rebels musst du auch erstmal kriegen. Das ist halt so ein Chase-Trade. Aber die werden, glaube ich, auch nochmal angepasst. Kommen wir nochmal später zu. 3 Rebels wurde nicht geändert, weil das halt oft gespielt wird, so, wenn man es dabei kommt. Aber ab 6 Rebels wird eigentlich gar nicht mehr gespielt. Die kriegen jetzt 15 mehr Shield pro Rebel halt, aber ja, ich glaube nicht, dass das viel ändern wird. Wir werden sehen. Die Space Pirates kriegen tatsächlich eine ganz coole Änderung. Sie bekommen einfach eine höhere Chance, Items zu droppen bei 4 Space Pirates. Vielleicht bringt das Space Pirates tatsächlich mal ins Game. Es war ja noch nie wirklich eine Weibel-Komb halt. Aber vielleicht ändert sich das jetzt. Ansonsten, die Venguards wurden einfach ein bisschen angepasst. Und zwar haben die jetzt auf 6 Venguards einfach 100 weniger Armor. Ja, das sorgt dafür, dass die jetzt halt gegen Full-AD-Komb nicht mehr ein totaler Auto-Win sind. Aber ich glaube trotzdem, dass sie noch sehr gut gegen Full-AD-Komb sein werden. Weil 900 ist halt auch irgendwie 90-prozentige Reduction. Und ich glaube, mit einem Last Whisper sind das 225 oder so, die jetzt noch da sind. Nur das ist auch ziemlich viel Damage Reduction. Kommen wir zu den Champions. Zunächst einmal bei den Tier 1 Champions nur Fiora. Ein bisschen mehr Damage. Zed, das ist so ein bisschen, ja, fragwürdig. Weil in der Blademaster-Komb zum Beispiel er ja doch relativ oft gespielt wird, wenn man halt einen Blademaster-Spatula bekommt. Hier ist es einfach so, dass wir jetzt mehr Attack-Damage-Stil haben. Halt auf zweiter Stufe 33 und auf dritter Stufe 50. Was halt schon eine gute Menge ist. Bart wird genervt. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Bart auf Level 1 im Early-Game war schon ziemlich gut. Und man hat damit schon echt 4 XP gemacht. Das Ding, was wir jetzt haben, ist halt, dass das nicht nur seinen normalen Auto-Tags verschlechtet, sondern halt auch seinen Scaling mit AP. Weil, wenn man 8 hat, dann skaliert er natürlich einen Rabadon zu so viel besser damit, falls man schon früh ist, auf ihn slammt. Das wird jetzt auch schwächer gemacht. Also ich denke mal, so ein Early-Bart wird nicht mehr ganz so viel Impact haben. Masahi wird einfach auf Level 3 ein bisschen genervt. Masahi ist tatsächlich gerade so eine Carry-Unit auf Level 3, die wirklich sehr viel Erfolg hat. Also man kann mit ihm auf jeden Fall relativ sicher auf den zweiten und ersten gehen. Wenn man ihn auf Level 3 kriegt, dann richtig kommt. Das wird jetzt hier so ein bisschen angepasst. Bei den Tier-4-Champions haben wir einfach Fizz ein bisschen genervt auf erster Stufe, weil er halt scheinbar auf der ersten Stufe noch nicht ganz so viel Impact haben soll. Also Flächenschaden 400 ist schon ziemlich gut. Jhin bekommt einfach ein bisschen weniger Attack-Speed auf jeder Stufe, 0,25. Also aus der letzten, aber das ist meistens sowieso dann irrelevant. Das ist einfach, weil Jhin und Timo nochmal die Carries von der Astro-Sniper-Comp sind und die ist gerade ein bisschen zu stark und deswegen wird sie ein bisschen angepasst. Auch dementsprechend verliert auch Timo ein bisschen Attack-Speed, aber auch nicht weltbewegend. Jhinx, einer der schlechtesten Forecast-Champions zur Zeit, bekommt ein bisschen mehr AD. Sieht jetzt noch nicht viel aus, allerdings muss man sagen, dass das doch einen Unterschied machen dürfte, weil sie dadurch einfach vielleicht schneller ihren ersten Reset bekommt und das sorgt wiederum dafür, dass sie halt deutlich früher dann das Generation Team aushalten kann. Gangplank, gerade auch eine Unit, die man zum Beispiel bei Blaster Brawler gut spielen kann, wird ebenfalls gebufft. Er bekommt 100 mehr Schaden auf erster und zweiter Stufe, was schon nicht schlecht ist. Das bringt ihn vielleicht wieder zurück ins Game, gerade spielen ihn nicht sehr viele Leute. Aber jetzt, auch gerade vielleicht mit den Space Pirates Anpassungen, ist es vielleicht wirklich eine Sache, dass man ihn wieder gut spielen kann. So, dann haben sie die Chase Traits noch ein bisschen verbessert, also weil sie meinten halt, früher war es halt so, dass die Chase Traits wirklich fast ein Auto-Win waren. So soll es halt auch eigentlich sein. Deswegen kriegt ihr jetzt einfach Rebel mehr Shield und halt mehr Schaden. Stargarden bekommt halt mehr Mana-Spread. 8 Battlecasts gibt jetzt 1000 Damage, aber naja, man muss halt auch erstmal 8 kriegen, ne. Dann Darkstar bekommt halt deutlich mehr AP und AD. Und Infiltraider, wenn man dafür nur einen Spantula braucht, bekommt man ein bisschen mehr Attack-Speed. So, die letzte Sache, die sie sich vorgenommen hatten für diesen Patch, war einfach, dass 3-Cost-Units halt verbessert wurden. Und zwar nicht die Carry-Units, sondern in der Regel die Units, die man sonst nicht unbedingt für Level 3 bringen würde. Ist jetzt alles ein bisschen irrelevant, deswegen gehen wir da einfach mal schnell drüber. Das müssen wir jetzt hier nicht so lang ziehen. Leona bekommt einfach mehr Shield, das macht sie tatsächlich vielleicht zu einer Viable-Unit, weil sie halt wirklich 400 Damage reduziert. Melfi, 10% mehr, ist halt okay. Ja, manchmal bringt man ja Level 3, aber auch eher selten. Poppy wird ein bisschen gebufft, das könnte vielleicht die Poppy-Kombs wieder zurückbringen, man weiß es nicht genau, gerade im letzten Set wurde es ja doch oft gespielt. Six, denke ich mal, wird nicht zurückkommen Level 3, weil man ihn früher halt mit zwei Seraphs gespielt hat und da Seraphs jetzt ein Blue-Buff ist, den man nicht mehr stacken kann, denke ich mal nicht, dass man ihn wieder spielen kann. Ari bekommt einfach ein bisschen mehr Schaden, Annie bekommt halt auch ein bisschen mehr Schaden und ein bisschen mehr Shield. Das ist tatsächlich eine Sache, die man vielleicht machen kann. Blitzcrank bekommt halt einen stärkeren Hook auf Level 3. Würde ich wahrscheinlich eher nicht machen, das lohnt sich glaube ich nicht, ist aber zu viel Gold, dass man da rein investieren muss. Darius bekommt mehr Damage, vielleicht die Spacefire ist ganz nice. Luci bekommt mehr Schaden, auch ganz cool. Mordekaiser, das ist vielleicht sogar so eine Sache, dass man sagen kann, ja, dass man vielleicht eine Mordekaiser kommt, wieder spielen kann mit Southrunner oder so. Also vielleicht gefährlich, wir wissen es nicht. Nautilus bekommt mehr Schaden, ist jetzt auch nicht so wichtig. Und halten den ganz dann, das wiederum ist halt ganz nice. Bei Level 3 Champions Ezreal, der Damage geht auf jeden Fall übel zu hoch, einfach um 100% mehr, das ist halt schon nicht schlecht, das könnte man sogar vielleicht spielen. Also Ezreal irgendwie mit Spear und Hurricanes als Damage Unit. Rumble bekommt mehr Damage, das heißt, der Barbecue Rumble, ich weiß nicht, ob euch das selber sagt, wird vielleicht effektiver, kann ich sonst auch nochmal vielleicht ein Gameplay oder ein Video zu machen, mal gucken. Bei wird auf jeden Fall gut gebaft. Ähm, ja, das sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass ihr auf Level 3 gut punchen sollte. Das könnte man sich vielleicht auch überlegen. Auf den T4 Units ist einfach, ja, ne, wenn ihr eine T4 Unit Level 3 habt, solltet ihr halt auch ziemlich gut klatschen und fast einen Autowin sein. Na, bekommt auch viel mehr HP, Rhythm bekommt einfach deutlich besser, ja, Rhythm einfach komplett gebaft. Und Jenna auf Level 3 macht jetzt ne 8 Sekunden dann. Wenn ihr ne Fallfraktion jetzt auf Level 3 bekommt, solltet ihr halt auch gewinnen, weil das halt eben so unwahrscheinlich ist. Deswegen, ja, wurde Jenna halt gebaft, weil sie sonst halt eben nicht dazu geführt hat, dass ihr gewonnen habt. Genau, nochmal ganz kurz, was wir jetzt mitnehmen sollten. Also End of Justice ist ein Item, was halt echt nice ist. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen auszuprobieren. Vielleicht ist auch Space Pirate eine Kommt, die man jetzt wieder spielen kann. Blaster Brawler vielleicht auch wieder ganz nice. Ansonsten Savage Ward auf jeden Fall. ne interessante Galaxy, die ne hohes Skill Cap haben wird. Ja, ansonsten war's das aber auch von mir für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwas Bestimmtes noch wissen wollt, oder irgendwas Bestimmtes sehen wollt. Ansonsten erstmal, bis zum nächsten Mal und haut rein.